Na, Sefirot, kannst du überhaupt irgendwas? Ach nein, ich hab dich ja in 7.1 besiegt. Ach, tragisch, ne? Also, du weißt... Dieser Sefirot weiß nur noch nichts davon, dass ich ihn besiegt hab. Hat jetzt aber noch große Fresse. Ähm, das war nicht der Weg. Vielleicht hier, nein. Da ist die Treppe! Okay, ich war so lootgeil, dass ich die Treppe einfach nicht gesehen hab. Forschiert!